Unsere oberste Priorität ist natürlich, die Betriebe zu stärken. Sprich, jeder Betrieb sucht Mitarbeiter, sucht Fachkräfte. Und das haben wir bereits im Jahr 2013 gemacht. 2013 haben wir das schon ins Thema gemacht von meinem Job Ruhrbau. Ich glaube, alles kann man nicht umsetzen, aber es sind so ein, zwei Sachen, die hoffentlich ich verinnerliche und ich dann auch umsetzen werde. Es sind natürlich viele Punkte der Beigewesenheit bei dem Vortrag, wo man sich herauspicken kann und wo man ansetzen kann und wieder neue Ideen, wo man die Mitarbeiter zusätzlich begeistern und auch belohnen und auch fordern kann. Er hat uns als Unternehmen sehr geprägt, mit Mitarbeitern zu führen und umgehen und ich glaube einfach, dass er europaweit der Beste ist, wie man Mitarbeiter umgeht, wie man Mitarbeiter führt. Nehmt euch nicht so wichtig, lasst zu, die Kreativität der Mitarbeiter, Führungsstil bottom-up von unten nach oben und ihr werdet euch wundern, was ihr plötzlich für ein riesen Brainpower, für ein riesen Potenzial aus euren Teams rauszieht. Wir Unternehmer sind Moderatoren, wir sind ja die wichtigsten Leute im Unternehmen. Deine 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 Vielen Dank.